und damit hallo liebes publikum willkommen zurück bei let's play halo 2 mit dem master chief dem captain aus der conscious corner und mir dem master chief faylord ja alle sind sie da alle eure freunde und mein schwert auch und der feld und der captain sind auch da naja genau sind wir hab ich auf dich geschossen mann weil du gerade gesagt hast unsichtbare nein mein schwert nein das gute schwert hat sich doch hier oben zeigen ich habe war nicht im wasser naja dann wird unser sali gestorben ich war ja ich war noch lange nicht da wo du wachst du bist du viel weiter freck endlich auch man die können die stelle zuschlagen als ich ja anscheinend ich weiß es ja gerade nicht genau du bist schon viel weiter gewesen als ich okay dann kann ich dir nicht weiterhelfen also ich war in so einem raum da war noch dieses große lila dingen barney ja genau barney der dinosaurier dann auch dann auch die spartaner mussten über liebe durch riesige lila dinosaurier ja du bist einfach schon irgendwie im gebiet weitergelaufen als ich war anscheinend ja ich war halt bei weitem noch nicht hier hast du irgendwie so eine steintür ich habe einen tür ja dann erklärt das da war ich nämlich noch nicht war noch durch keine tür auch kaum ich dachte dass man hatte explodiert noch rechtzeitig naja dann hast du jetzt trotzdem dann geschwerte ja genau hier bin ich bin nämlich doch bei dem terminal das ist ganz woanders ja gut okay ich weiß nämlich nicht wo du bist da bist du ja du bist durch die tür gegangen genau du bist ein gebiet weiter so hi junius mit geschnitzelt schnitzelTIME schnitzel schnar t fasting schnitz und schnitzend Wo bist du? Mann! Das kann doch nicht! Der stand da! Der kann doch nicht weggehen! Wenn ich mit einem riesigen Sprung auf ihn zu bin! Mit einem Schwert, was Insta-Kill ist! Mano! Geht doch nicht! Da kann doch die Intelligenz spielen! Was soll ich machen? Mich anstrengen? Die Spiele sind echt scheiße geworden! Also wirklich! Alter! Ich brauche zwei Hände und Tafels Rüstung! So, geht doch! Diese blöden Waffen! Warum kriegen wir aber auch nur diese scheiß Waffen? Das ist doch nicht wahr! So, jetzt hole ich mir mit dem Schwert wieder! Nein! Lass mich in Ruhe! Nicht den! Nicht die Nadler! So, geht doch! Hinter dir! Hä? Das kann doch nicht! Ich bin mit dem Schwert schwingend da durch! Ja, aber jetzt! Hinter dir! Oh Gott, ein Schwert! Oh Gott sei Dank! Schwert gegen Schwert! Wer gewinnt? Schild! Was solltest du? Was solltest du? Das ist doch ein Schwert, falls du willst! Nee, ich will kein Schwert! Und dann nicht! Das verliert man und nutzt man so! Von wo sind wir jetzt wieder gekommen? Oh, hello! Deine Gottverdammten Level Designs! Von oben sind wir auf jeden Fall gekommen! Ja, okay! Dementsprechend müssen wir jetzt nicht hier und dann runter! Nee! Die abtauchen! Genau! Guck, gluck, 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 gluck! Ja, aber beides sind Türen, die nach oben gehen! Wahr! Wir kommen aber von hier! Wahr! Stimmt halt! Hier liegen Tote! Ja, nee, gut! Wir kommen von der anderen Seite! Nee, doch! Wir kommen von hier! Ah ja, stimmt! Da hinten sind mehr Einschusslöcher! Das ist klar! Wir haben da in die Richtung geschossen! Also ja! Aber die anderen haben auch... Naja! Ja, egal! Streit oder was? Nee, ich will eine Resolution! You want a Resolution? I want a Revelation! Wow! So listen to my Declaration! We hold these truths! Be self-evident! That women are created equal! Ja, das war doch mal eine gute Hamilton-Referenz, oder? Ja, absolut! Yes, I hold these truths too! Da war ja erstmal hauen! Was gedacht! Oh! Ich hab dich echt getroffen! Ich hab dich zweimal gehauen und du hast nicht mal dein Schild weg! Naja, das ist doch schön! Der Träger des Propheten des Bedauerns hat gerade eine Antwort aus High Charity erhalten! Eine gut verschlüsselte Nachricht des Propheten der Wahrheit! Warum? Hören Sie sich das an! Deine Hast hat die Erfüllung unserer Allianz gefährdet! Und unseren großen Plänen beschadet! Warum übersetzen Sie den Namen des Propheten ins Deutsch, aber High Charity übersetzen Sie ihn ins Deutsch? Hast du nur den Propheten der Gnade und seinem Volk zu verdachten? Weil das ein Eignamm ist? Weil der Propheten dauernd... Naja, okay, kann man jetzt darüber streiten, ob das ein Eignamm ist. Oder nur ein Titel? Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah, yeah! Get into the Smackdown, 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 get into the Smackdown! Na gut. Was wolltest du machen? Oh, den Kopf in den Hauen. Die habe ich auch! Mit Schwert. Nice. Den hast du aber nicht gehauen. Nee, naja. Je, 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 je. Ihr frisst Granaten. Das ist sie. Ach, fress. Hast du gegessen? Yes. Das war die Frage, als ich die Granate getroffen. Es gibt 20 Punkte für den Headshot. Ich musste. jetzt geht es weiter ich hätte nicht gedacht dass die feinde klar auf dein leben beschreiten ja der arbeiter nicht wozu diese ringe gut sind so zu den gesicht gut ist ich weise das ist der erste teil von halo deswegen irgendwer machte das universum hat ein ring auch nicht gepackt ganz genau so war es das zu tun du halo jetzt mal eine granaten scheiße nur zwei oder wir haben wir eine ob die vathe man es weiß voll zum kotzen die waffe Ich glaube, wir haben Johnson gehört. Wir sind gerettet. Aber die hier, ja, die hier nicht. Lagen Sie Bescheid, wenn ich Sie holen soll. Komm mich, komm mich ab, komm. Komm mich ab, komm mich ab. Kommt her. Alan. 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 Ich bin bescheuert einfach nur. Ich bin jetzt Indiana Jones. Da, 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 da. Dass ich keine Liane schwingen. Ah, nee. Ist Indiana Jones von der Liane geschw... Ja doch, ne? Altsch. Aua. Der hat einen feitschen Schwung. Ja, der hat einen feitschen Schwung auf sieben. Ah. Nein, gib mir deine Waffe. Was? Gib mir deinen saftig, gib dir nur ein. Oh Gott. Das wollte ich. Ich habe euch die Leiche geschossen und daneben. Ey was, ich bin doch in Deckung gegangen. Nein. Ich bin doch in Deckung gegangen und getroffen. Deswegen heißt es in Deckung. Und nicht in Eröffnung. Das stimmt. Ich deck mich in der Nacht nicht mit der Öffnung zu. Ja. Ducken. Einige Deckenbezüge haben eine Öffnung. Also eigentlich alle, damit du da die Decke reinkriegst. Ja. Du weißt, was ich meine. Genau. Ah. Ich bin gestorben. Mal wieder. Aber ich will doch nur nicht fettet, das fettet, das fettet. Ich will nur das fettet da. Ich will nur das fettet da. Ich freue mich, die mit den Händen so ranpatschen. Das fettet da. Das fettet da. Das fettet da. Oh, Fette. Meine Güte. Sag mir das doch mal. Im Fernseher. Ne. Keine Ahnung. Ich wusste ja nicht, was er hier ist. Klug scheiße. Da ist er. Das war auch so lustig. Früher habe ich mal bei einem Streamer zugeguckt. Der hatte irgendwann mal was auf einer Platte gesucht. Ich glaube, da hat er... Schallplatte? Ne, Festplatte. Ah. Und der hat die halt benannt. Und der hat die halt dicke Festplatte genannt. Weil die halt einfach für damalige Verhältnisse sehr groß waren. So 2013 oder so. Aber war vier Terabyte groß. Uiuiui. Ja. Also das war wirklich eine fette Festplatte. Aber du hast halt in dem Menü quasi nur eine Abkürzung gesehen. Und da stand nur dicke F. Und alle so. Es ist dein Ort da mit dicke Frauenporno. So alle haben die ganze Zeit gesagt. So er steht auf dicke Frauen. War irgendwie lustig. Weil ja es stand da einfach nur dicke F. Dachtest du, du kannst. Dachtest wohl du. Noch ein Feind. Nonnenfeit? Noch ein. Nonnenfeit. Noch ein Feinde. Achso. Jetzt möchte ich lieber einen Nonnenfeit haben. Oh, ein Sister. Das ist denn so Sister Act 2. Ja quasi. Nur... Viel Actiger. Genau. What is your hobby? WuHu. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Dadadadadadadada. Oh, er hat sich erwischt. Ja. Weil ich ja allein auf das Scheißding gelaufen bin. Na ja, aber wau mal. Ist das ein Hobby? Na, ich wollte morden. Ah. Waaau. verprügelt die kleinen jungs verprügelt die kleinen jungs hier ist alles meins bin reich ist noch mehr raketenwerfer hier nur für dich ich habe schon das scharfschützengewehr dann gib mir das scharfschützengewehr alles klar baby dün 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 ich habe noch 69 auf meinem messer drauf ww ist was bei uns beiden gesagt hat bei uns beiden die sind einfach noch nicht auf dem ding drauf die aber wir sollen sie darauf kommen angeschossen von baggern gestürmt ich hätte sie fast ändern können ich will ich ändern richtig habe dann haben wir gewonnen daneben wieso ich bin geduckt das funktioniert nicht das funktioniert das funktioniert funktioniert so knapp jedoch nicht nicht ender wir haben einfach das ganze spiel aufschmeißen können sie doch nein ich habe das recht dazu ist unser spiel ist unser spiel wir haben das gemacht oh gott der fliegende fliegen johnson nein das ist ein gegner jackson ja der fliegende jackson die geben sich als johnson aus aber die sind keine johnson die sind nur jackson der fliegende jackson jack johnson ist super aber john jackson ist der ist der ist ein weirdo das ist ein gag in futurama ja ja da hast du zwei wahl irgendwie typen zur wahl der eine ist jack johnson und der andere ist john jackson ja und die sehen halt identisch aus reden genau exakt gleich und sagen exakt das gleiche irgendwie nichts aussagen nur dann ja jack johnson glaube ich ist meine wahl aber john jackson der ist mir suspekt der ist ein bisschen komisch und die einfach ab ich komme mal wieder der drehen um wenn der fliege um zu drehen der ist nur noch ein pixel groß oder die fliegen beide bergern einfach ab nice wenn er so umrät dann wundere ich mich aber wenn ich das erste mal wo hatte ich noch mal weitere hier oben wo ich stehe ganz genau hier exakt da war der feind der feind oder feind jetzt holen wir uns ein paar schnitzel freunde es steht wieder fleisch in der zwischensequenz ja sind halt echt vor uns weg gerannt sehr identisch wie man sieht also hands down wir kennen sie alle was ist das denn bitte star wars 9 die allianzflotte ist ach nee da ist er schnitzel freunde ich bin ich mit dir weggohls ach komm schon der war doch wie die tot wieder anscheinend der da will ich sterben wie toll aus für mich der hier ja wieder ist da unten der hier jetzt weg schnitzte hier gegen 60 fps wäre vielleicht haben wir spielen wir auch nein alles gut ja ist fantastisch ich glaube schon mal ein paar räume weiter oh gott oh gott oh gott oh gott da kommt der mann mit dem schwert und der will uns alle umbringen und dann kommt der andere mann mit dem anderen schwert und bringt den mann mit dem schwert um nice das ist neues schwert munition für dich ja aber das hier war auf 100 so überlebt ich habe mich gerade mit meiner eine granate gesprengt fantastisch beste klassiker da oben ist nochmals schwert links ich habe ihn wohl habe ich damit gesagt gesagt habe ja weil du haben gesagt hast dass du behauptet dass ich kram gesagt ja siehste was soll das denn hier logik ach so ach so oh gott da ist der fliegende mann schießt ich habe mich tot gelasert scheiße da müssen wir müssen wir müssen wir knifflig hier rein achte jetzt mein scharf schützengewehr pass auf da kommt der mann mit dem schwert von der einen seite oh und dann nimmst du echt mein scharf schützengewehr weg ich wollte sichern ja ist in ordnung jetzt hast du es ja ja eigentlich noch nicht weil ich jetzt genau in dem moment wo ich gestorben bin äh wie hä ich bin in dem moment ich bin auch gestorben ich hätte mich doch die Leute wissen heroisch ah 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 jetzt hättest du mich beinahe mit deiner granate gesprungen ja zweimal ne die eine granate war von den anderen zweimal zweimal von den anderen ok es ist keine von mir das ist das ist norden tschuldigung das war in das war ziemlich ok das war ziemlich amüsant das war das hatte viel schönes oh gott das kann ich nie bestreiten ist mein schwert ne? das liegt da wo ein oder den anderen schwert da hey ich wollte nur high sagen wissen wir mein kumpel ruhe? hä? oh gott oh ja die habe ich nicht fertig gemacht ach stimmt dum 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 was ist nur los mit euch? da stockte mir der atem was ist das für ein b***h ja oh ah you can run but you can't hide b***h it's you guys hey it's you guys pew 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 juhu die säule hat gekriegt was sie verdient hat sind meine wachen zu viel für sie wer das schwertyp hat er eigentlich hier? ah oh mein arzt oh mein arzt oh mein arzt immer noch ey ich krieg den halt nicht weg ne die meine ich nicht achso ah diese zweischusswaffe das ist wie 3u küken bloß mit ner waffe und ich habe meinen raketenwerfer nicht mehr fällt mir grad auf der muss noch irgendwo oben liegen scheiße ich mache euch gleich Ziegen die spornen doch einfach alle oder? die spornen doch mal wieder die spornen doch mal wieder ich glaube ja oh god oh god nein warte mal ich muss auf ihn rauf springen aber ich kann mich auch irgendwo oh shit oh ja oh ja ich wurde von zwei schwertludes äh belagert das war klar dass das nichts wird ok ich versuche ich hier noch irgendwo auf ihn rauf springen also mario style ja so naja das wäre schon witzig äh na gar nicht was soll einfach nur blübl 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 doch naja glück auf und blübl lokalen ist herum ich konnte gerade was soll das gesicht das ist einer einer von den von den von dem was wie habe ich warum habe ich denn nach daneben gehauen na gut das versuchen wir nächstes mal dann noch mal und dann würde ich sagen wer ist das mit dieser folge von let's play hello 2 ich danke fürs zusehen beim nächsten mal geht den propheten auf tschüss bis dann